Krasser Journalismus heute. So laufen Produktentwicklungs-Meetings bei Burger King und McDonald's. Exklusiv. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Ja, ich sitze im Auto, das heißt, es wird wieder was getestet. Ja, und zwar heute. Ach komm, nee, 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 warte, anders. Ich zeige euch mal, wie wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich gehe davon aus, ganz stark zumindest, wie so ein Produktmeeting, so eine Evaluierung von neuen Aktionen bei den zwei großen Fastfood-Ketten aussehen muss. Vermute ich, vermute ich. Ist nur eine Vermutung. Schön, dass ihr alle da seid. Unser Produktmeeting für November, Dezember 2021. Dann sag doch mal eben deine Ideen hier von McDonald's. Hüttengaudi, wir machen Hüttengaudi. Äh, das macht ihr jedes Jahr. Hüttengaudi, wir machen Hüttengaudi. Okay. Ja, Big Rösti, Hüttengaudi. Argument, verstehe ich, Klassiker. Ähm, gut. Also Hüttengaudi und den Big Rösti. Ja. Ja, und bei euch, Burger King? Wir machen Rösti Beef. Ja, ich kann mich dran erinnern. Schön kopiert. Ach so. Und dieses Jahr? Dann machen wir halt irgendwas mit Käse. Cheesy Rösti Beef. Ja, jetzt auch nicht so einfallsreich. Aber gut, dann wollen wir diese Aktion mal testen. Ja, jetzt sind sie raus. Und weil es wahrscheinlich genauso abläuft, äh, gibt es Ende Dezember, äh, nein, gibt es Ende November, Anfang Dezember immer die Hüttengaudi bei McDonald's. Wahrscheinlich auch, weil es ein Riesenerfolg ist jedes Mal. Und jedes Mal gibt es, äh, da ist er drin, äh, in einer neutralen Tüte heute, äh, der Big Rösti. Und der sieht dann jetzt so aus. Den holen wir mal raus. Guck an. Die Tüte ist neutral. Dafür hat er einen schönen Karton bekommen, der Big Rösti. So. Oh, hier, oh, oh, mit Tütchen dabei. Holen wir mal raus. Und dann ist er hier zu sehen. Der Big Rösti. Und für Verhältnisse bei McDonald's ist der sogar relativ groß, ne? Ich komme, zum Preis komme ich gleich noch, zum Preis komme ich gleich noch. Denn wir haben jetzt ja diesen neuen Aktionsburger von Burger King. Den Cheesy Rösti Beef. Äh, der ist in dieser Tüte. Und den hole ich auch mal raus. Der hat jetzt keinen schönen eigenen Karton. Und auch keine eigene Verpackung. So. Aber wenn man bei McDonald's nur einmal im Jahr so ein Ding bringt, dann kann man da auch eine, und vor allen Dingen jedes Jahr wieder bringt, dann kann man sich ja auch eine eigene Verpackung dafür leisten. Nicht, dass ihr da am, äh, Hungerstock gehen müsst. So, und dann holen wir mal den raus. Pups, da ist er. Äh, Brettchen herholen. So. Ähm, komm jetzt. Machen wir die Tüte mal hier weg. Und die sehen nebeneinander dann so aus. Hier, mal ein bisschen drehen. So. Was ist denn drauf? Dafür holen wir mal die zweite Kamera her. Und mit zweiter Kamera meine ich wie immer mein Handy. Ja, rein grösentechnisch ist der von BK ganz leicht im Vorteil. Aber, äh, wenn wir das mal auflupfen hier, die Dinger, äh, was sieht man denn dann? So, Deckel abgemacht. Kamera wieder dazu geholt. So, was sehen wir? Wir sehen natürlich bei beiden Beef und den Rösti. Hier auch Beef, Käse und den Rösti. Käse ist aber da auch. So, äh, Grundaufbau schon mal gleich. Von oben haben wir jetzt hier, beim Klassiker, die Big Rösti-Soße, Bacon. Ja, Big Rösti-Soße, Bacon. Hier haben wir Gewürzgurke, Salat. Mh, was sehe ich noch? Hier sehe ich noch Röstzwiebeln, mehr Salat. Ja, grundsätzlich bei dem einen fehlt der Bacon. Dafür hat es hier Salat und Gewürzgurken. Und hier halt Bacon und Co. Klappe ich mal wieder zusammen den Kram. Kommen wir mal zum Preis. Das, also, ist wohl regional ja auch unterschiedlich. Aber der Kollege, der Big Rösti, kostet mittlerweile 6,19 Euro. Und der kostet hier 6,29 Euro. Da müsste ich die beiden Jungs jetzt eigentlich mal wieder reinholen und fragen, wie die dann auf diese Preise kommen. Ja, ganz ehrlich, klar, Essen kostet Geld. Es soll ja auch jeder was verdienen. Aber ganz ehrlich, 6,19 Euro, 6,29 Euro, da kriege ich in den Kantinen ganze Mittagstische für. So, probieren wir mal. Als erstes hole ich mir mal den typischen, ja, jährlich wiederkommenden, Big Rösti-Geschmack zurück. Und mal davon ab, dass ich finde, dass er dieses Jahr hübscher ist als in den letzten Jahren. Aber das kann Einbildung sein. Ist er halt ein guter Klassiker. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum er jedes Jahr wieder und wieder und wieder und wieder kommt. Das oder weil eben die Produktmeetings, ihr habt es gesehen, so ablaufen. Ich weiß es nicht. Das ist aber ein grundsolider Burger, wo gewisse Sachen einfach perfekt zusammenpassen. Beef, Bacon und Kartoffelrösti, das passt halt einfach. Also, wer zu Hause mal ein schönes Rösti mit Speck gegessen hat. Ups. Mit Speck gegessen hat. Der weiß halt einfach, das passt perfekt. Und diese Soße, Entschuldigung, dass ich das jetzt vom Finger probiere. Gut, bei ihm weg. Das passt halt alles gut. Kann man nicht meckern. Aber einfallslos ist es trotzdem ein bisschen. Aber wie gesagt, gute Sachen müssen ja auch nicht immer verändert werden. Und weil der Big Rösti eben ein guter Burger ist, haben die Jungs von Burger King sich gedacht, komm, machen wir es mal wie die Chinesen bei den deutschen Krähen früher. Wobei, das weiß ich gar nicht. Das muss man so hören sagen. Bestellen wir uns von jedem Kran mal ein und bauen die dann nach. Entschuldigung, die Beschädigen, kann doch Quatsch sein. Habe ich mal gehört. Aber wenn es so war, genau so hat Burger King auch gedacht. Mahlzeit. Habe ich fast der Salat runtergefallen. Also wie gesagt, ist ja 10 Cent teurer, was jetzt nicht so riesig viel mehr ist. Ist auch ein bisschen größer. Moment mal. Der fällt komplett auseinander. Und dann muss ich mal eben diese Aufnahme, mein Gesicht und vor allem mein Auto retten. Also nicht falsch verstehen. Auch der BK Burger ist ein ordentlicher, schmackhafter Burger. Aber ich finde, diesmal gewinnt der Klassiker. Weil Bacon, Rösti und Beef klar rauszuschmecken sind. Das passt halt alles. Und hier, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Gewürz, Gurke, Kartoffel, Rösti, Salat. Also, nee, ich bin diesmal beim Klassiker. Wenn ihr die Wahl habt zwischen beiden, würde ich mit dem Klassiker gehen. Den würde ich auch essen. Aber ich würde, so. Komm, nein, der ist besser. Der schmeckt mir besser. Der schmeckt runder. Zu teuer sind sie trotzdem beide. Ich hoffe, es hat Spaß an diesem kleinen, feinen Testvideo. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Einen wohlwollenden Kommentar, in den Kommentarzeilen. Und ein Abo auf, manchmal ist das Gute Alte besser als die schnelle Kopie von irgendwas. Basis, habe ich noch vergessen. Tschö. Schade, ich habe echt gedacht, das ist ein Knaller. Weil ich stehe auf Gewürz, Gurke und Co. Aber, ist einfach zu viel gewollt. Und der ist es nicht auf. Und ich muss auch sagen, die Soße, keine Ahnung hast du nicht. Die passt doch einfach besser dazu. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon. Oder, äh, davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.